Ja, grüß euch. Ich bin der Abelis Max. Ich bin 19 Jahre alt und komme aus Fritzens. Ich habe im September 2014 hier beim Kfz Brunner in Mils die Lehre zur Kfz-Technik umgefangen. Ich habe die am 29. Jänner 2018 abgeschlossen mit der Gesellenprüfung. Herzliche Gratulation zum Lehrling des Monats Jänner. Alles Gute und viel Erfolg weiter. Und dass sich der Betrieb auch was Schönes aufstellen kann, ob ich da für den Ausbildungsabend bin. Und dass sich die берufe und viel Erfolg verratmen ist, um einen Tag sich zurück dem E 떡ens. Ich bin 19 Jahre alt und sie in den Ausbildungsabend bin. Ich bin 19. Jänner 2022 im Auftrag.